Mein Name, den muss man kennen. Chris, der Röckdögg. Ich komme von Rohr. Meine Lieblingsblumen, ganz klar, oder? Der Röckere. Die kriechende Gönsel. Ich mag nicht. Ja, jetzt muss es raus. Sorry, Bröder. Mike Shiva. Was hast du immer für ein doofes Tuchli auf dem Kopf gehabt? Mein Lieblingsbuch, Schweizer Illustrierte. Meine besten Freunde. Roger Köppel und Jack Daniels. Mein Motto, Sex, Dreck, Spitex Solothurn. Meine Nachricht an dich, du musst jung bleiben und mit der Zeit gehen, wie ich. Und auch jetzt mit Corona brauchen wir einerseits den Löwin noch nie, aber auch einfach den Mut, so Männer zu stehen und zu sagen, das mache ich nicht. Der Dögg muss Dögg bleiben. Und auch die Medien fokussieren sich nur noch auf eine Sache. Corona. Derweil einmal ein neues Album rausgegeben, hätte es auch interessiert. Das ist einfach wichtig. Und auch die Medien für mich. Ich hoffe ihr könnt dafür... Ich hoffe ihr könnt euch nicht und keine Ahnung.